Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Moral, es ist, wenn man moralisch ist. Leipzig. 1821 ersticht Johann Christian Wojcek aus Eifersucht seine geliebte Johanna Christiane Wobst. Im Hauseingang ihrer Wohnung. Mit einer abgebrochenen Dienklinge. Warum geht's nicht? Nee, worum geht's denn dann? Ich will nichts! Warum nicht? Du würdest doch auch sagen, dass jeder Mensch das Recht hat, über den eigenen Körper zu bestimmen, oder? Es ging aber nicht nur um deinen Körper, sondern auch um meinen. Wie bitte? Ja, du hast mich schon verstanden. Seit vier Wochen sind sie verlobt. Er ist 36 Jahre alt, sie 21. Sie geraten in einen Streit über eine unbezahlte Rechnung. Er wirkt sie zu Tode. Es geht um die gemeinsame Entscheidung für oder gegen ein Kind. Du redest dauernd von einem Kind. Das war überhaupt noch gar nicht. Mann, wie soll ich es denn nennen, deiner Meinung nach? Wie soll ich es nennen? Und zwar etwas. 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 Beutzig, das ist schlecht. Die Welt wird schlecht. Sehr schlecht.